Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von der MP Mastercheck, ein Podcast der OTH Amberg-Weiden. In diesem dreiteiligen Podcast werdet ihr den Masterstudiengang Medientechnik und Medienproduktion an der OTH Amberg-Weiden kennenlernen. Mein Name ist Christoph Molltagen, ich bin selbst Student an der OTH Amberg-Weiden und studiere diesen Master. Ich werde euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise rund um den Studiengang. Hier erfahrt ihr mehr über die Inhalte des Studiengangs, die Berufsmöglichkeiten nach dem Abschluss und über das Studieren an der OTH Amberg-Weiden. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Du hast bereits einen Bachelorabschluss im Medienbereich in der Tasche? Du suchst den Masterstudiengang, der nicht nur zu dir passt, sondern dich auch zu deinem Traumberuf führt? Dann bleib dran! Du sprühst vor Ideen, Storytelling überlässt du nicht nur deinem Opa, dein Zimmer ist übersät von Post-its. Dann bist du bei uns genau richtig. Hier durchläufst du die Produktionsschritte eines Kurzfilms, lernst wie man einen innovativen Werbespot produziert und erfährst wie man spannende Storys erzählt. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In dieser ersten Episode geht es um die Inhalte des Studiengangs. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Andreas Feirer und Lisa Peter. Beide sind Studierende dieses Masterstudiengangs. Daneben begrüße ich Mert Merkahn, der seinen Abschluss bereits in der Tasche hat und fest im Berufsleben angekommen ist. Hallo zusammen! Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo! 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 Es freut mich dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Andreas, du hast ja den Bachelor in Medienproduktion und Medientechnik bereits in Amberg studiert. Warum hast du dich anschließend dafür entschieden, den Master in Medientechnik und Medienproduktion auch in Amberg zu studieren? Im Bachelor habe ich ja schon viele Grundlagen gelernt, vor allem in den Bereichen Audio, Video, Print und ein bisschen Marketing. Und die Fähigkeiten wollte ich im Master noch verfeinern. Im Bachelor wird einfach viel angerissen, aber die Vertiefung erfolgt dann eben auch erst im Master. Und man kann dann eben auch die persönlichen, besonderen Begabungen noch weiter vertiefen, was bei mir im Audiobereich war. Interessant. Ja, ich habe im Endeffekt ja eine ähnliche Vergangenheit. Also vor dem Studium immer schon was mit Medien gemacht, dann im Bachelor natürlich das Ganze vertieft, aber im Master wird das Ganze einfach noch irgendwie auf ein neues Level gehoben. Was gefällt dir denn an dem Studium bisher? Man ist ja seit der neuesten Studienreform sehr frei in der Auswahl. Man kann ja zwischen den beiden Schwerpunkten wählen, zwischen Medieninformatik und Medienproduktion. Und je nach Begabungen kann man dort seine eigenen Schwerpunkte setzen. Viele Projekte sind sehr praxisbezogen, was bedeutet, man darf auch mal die Hardware in die Hand nehmen, dass man ein Gefühl bekommt, wie schwer ist so eine Studiokamera zum Beispiel. Man kann mit hochwertigen Mikrofonen hantieren. Man kann eben einfach die Theorie, die man im Bachelor gelernt hat, im Master anwenden. Ich hatte im Bereich der Autotechnik schon einige Vorkenntnisse. Was aber neu dazugekommen ist, war beispielsweise Einführung in die Psychoakustik. Man kann Motorgeräusche genauestens analysieren. Und es gibt psychoakustische Größen, mit denen man die Geräusche genau messen kann, um diese zu verbessern. Ach ja, stimmt, Hör- und Psychoakustik. Das war super interessant. Das war auch eigentlich, wie ich mir Studium immer so vorgestellt habe, mit ein paar Fragen auch, die über die reine Theorie hinausgehen. Das war ziemlich cool, ja. Das Fach kann man übrigens in der Vertiefungsrichtung Medienproduktion wählen. Ich glaube, das breitere Spektrum bei vielen Masterstudiengängen, bei denen ich die Lernhalter angeguckt habe oder wenn ich mich ausgetauscht habe mit Freunden, spezialisiert man sich wirklich sehr stark in einem Bereich. Und das Gefühl hatte ich jetzt beim Master in Amberg nicht, was mir gefallen hat. Anderen kann es vielleicht nicht gefallen, aber mir hat es gefallen gehabt, dass man eben wirklich viele verschiedene Bereiche beleuchtet hat und viele verschiedene Arbeiten in verschiedenen Bereichen gemacht hat. Also ob es jetzt eine Webseite programmieren war, klar. Ein Film, eine 3D-Animation, Modeling oder eben eine App zu entwickeln, ein Konzept zu entwickeln. Es hat alles schon sehr Spaß gemacht und man hat eben viele verschiedene Bereiche gesehen dadurch. Ja, das habe ich im Endeffekt genauso wahrgenommen. Also diese Breite und ich bin ja auch erst die letzten Jahre Sprecher geworden und dann auch die Option quasi, sich zum einen so aufzustellen, dass man alles so ein bisschen im Alleingang machen kann und von allem irgendwie Ahnung hat, aber dann auch ein bisschen Zeit hat, sich selber noch auf andere Sachen zu konzentrieren. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Lisa, was gefällt dir denn an dem Masterstudium in Amberg? Besonders gut an dem Studium in Amberg gefällt mir, dass es sehr breit gefächert ist, denn man lernt nicht nur diese theoretischen Sachen, sondern auch die praktischen Sachen. Zum Beispiel im Fach Comic kann man zum Beispiel ein Comic zeichnen, in Drehbuchentwicklung kann man ein Drehbuch entwickeln und auch einen Film drehen. Aber man lernt auch diese ganzen wirtschaftlichen Sachen, zum Beispiel Medienteorie oder Medienmanagement und seit kurzem auch Performance-Marketing, wo man jetzt die digitalen Analysen im Internet von Webseiten und Unternehmen mitbekommt. Und für welchen der beiden Schwerpunkte hast du dich entschieden? Medienproduktion oder Medieninformatik? Ich habe mich für den Schwerpunkt Medienproduktion entschieden, weil ich eher der kreative Mensch bin und mich macht es eher Spaß, Sachen zu entwickeln. Ich finde es eigentlich gut, dass es jetzt eine neue Reform gibt, dass ich jetzt entscheiden kann, welche Fächer ich wählen kann oder wen will. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch dieses Semester Webengineering belegt, was eher eigentlich ein Informatikfach ist, aber ich wollte halt auch in die Webseitenprogrammierung auch mal ein bisschen Einblick kriegen. Es ist auch gut, dass ich jetzt beliebig meine Kurse zusammenstellen kann und nicht mehr speziell auf ein bestimmtes Fach festgelegt bin. Ja, danke. Herzlichen Dank an euch für das Gespräch und für die interessanten Einblicke in den Studiengang. An euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ersten Eindruck vom Studiengang bekommen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schaut doch mal auf der Webseite des Studiengangs vorbei. In der nächsten Folge geht es um die Berufsmöglichkeiten, die man nach dem Abschluss dieses Masters hat. Darüber spreche ich dann wieder mit Andreas und Mert. Außerdem werde ich noch einen neuen Gast begrüßen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht auszuchecken. Euer Christoph Molltagen